Willkommen im ersten Zuhause. Im universitären Perinatalzentrum Hamburg-Eppendorf ist Ihr Kind auf die Welt gekommen. Wir helfen Ihnen beim Stillen und bei der Pflege Ihres Babys. Dabei achten wir darauf, dass Sie eine persönliche Ansprechpartnerin haben. Sie ist für Sie da und beantwortet all Ihre Fragen. Wir verbinden Nestwärme und Fürsorge mit Spitzenmedizin. Die Fachärzte der Geburtshilfe und die Neonatologen arbeiten eng zusammen, damit Ihr Baby sicher ins Leben starten kann. Diese Untersuchung nennen wir U2. Sie besteht aus vielen Einzeluntersuchungen, die wir Ihnen nun zeigen möchten. Die U2 wird für jedes Neugeborene in Deutschland empfohlen, ist aber prinzipiell freiwillig. Zur U2 gehört ein Stoffwechseltest. Wenn Ihr Baby mindestens 36 Stunden alt ist, nehmen wir einige Tropfen Blut ab. Aber das tut nicht mehr weh als ein kleiner Pieks. Dieser Test hilft, seltene Krankheiten zu erkennen. Durch eine frühzeitige Behandlung lassen sich die Folgen meist vermeiden. Sollte der Befund auffällig sein, informieren wir Sie sofort. Wenn Sie nichts hören, ist alles in Ordnung. Die Untersuchungsergebnisse der U2 tragen wir in das Vorsorgeheft ein. Jetzt haben Sie auch die Gelegenheit, alle Ihre Fragen zu stellen, die Sie sich notiert haben. Wir geben Ihnen Tipps, wie Ihr Baby sicher schläft. Zum Schluss erhalten Sie für Ihren Nachwuchs noch Vitamin D für starke Knochen und Fluorid für gesunde Zähne. Und damit ist die U2-Untersuchung beendet. Wir entlassen Sie mit dem guten Gefühl, den Weg für den Start ins Leben geebnet zu haben. Also tschüss erstes zu Hause!